Ladies and Gentlemen Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Das Monkey RC. Heute machen wir wieder ein Unboxing-Video. Unboxing-Video? Ey, das ist doch ein Unboxing-Video. Oh, da habe ich mich verlesen. Und außerdem bin ich das Monkey RC. Was machst du hier überhaupt? Stimmt nicht, das bin ich. Ey, bist du mein zweites Ich oder was? Kann sein. Ich glaube, ich muss wieder meine Tabletten nehmen. Ey, scheiße. Na egal, mach auf dich, scheiß. Los. Warte, Schere. Ey. Ah, hier ist er. Moin, Leute. Lasst euch nicht verarschen. Das ist natürlich die Nachlieferung. Die ist nämlich heute endlich gekommen. Und dann würde ich sagen, gucken wir da mal rein. Und lasst euch nicht von meinem zweiten Ich irritieren. Manchmal kommt das so durch. Genau. Und ich glaube, wenn ich ein bisschen suche, habe ich auch meine Tabletten wiedergefunden. Dann habe ich die genommen und dann geht das eigentlich wieder. So, mal den Karton zerstören. Uh, sieht ja schon mal gut aus. Was haben wir denn da schön jetzt? Was haben wir denn da schön? Heute sind sie endlich gekommen. Zwei schöne Savix-Servos. Was ist Unboxing? Ein Unboxing? Du packst das Paket aus. Wir packen das aus. Also ich packe das aus. Ah, okay. Wolltest du das auspacken? Okay. Ja, sonst haben wir doch nicht immer dazwischen. Okay. Ja, auf jeden Fall sind da zwei Savix-Servos. Service, jetzt rede ich schon Sächsisch. Dabei bin ich ein Hamburger. Und dann sind wir eigentlich für den Urlaub gut ausgerüstet. Irgendwie sieht das so ein bisschen ölig aus. Gefällt mir nicht so gut. Aber das soll wohl so sein. Und die Marke sagt ja schon alles. Sind schöne Servos. Die haben 16 Kilo Stellkraft. Und 0,18 Speed. Sagt mir nichts, aber Savix ist gut. Ne, das sind auch nur welche mit 16 Kilo. Dafür kann man die gut mit 6 Volt nehmen. Und 4,8 Volt, soweit ich weiß. Und ich glaube, damit kann man schön schöne Sachen machen. Und das ist immer gut, wenn man was in Reserve hat. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Euer Monkey SC und sein zweites Ich. Bis dann, Jungs. Peace. Tschüss. Euer Monkey. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. We are the children of the night.